Moin Leute, die kostenlosen Charakter-Transfers sind jetzt da, das heißt ihr könnt jetzt schon wechseln und ich hab schon gesehen, einige Spiele von euch haben das auch gemacht. Das heißt, viele von euch nutzen das schon, die Spiele verlassen ihre alten Server. Es gibt einen Punkt, der hier noch nicht beachtet wurde von Blizzard, das wollen wir uns kurz anschauen. Also, schauen wir uns mal das Ganze an und zwar, das sind die Server, auf die ihr wechseln könnt, einmal Living Flame, PvP und Wild Grove, PvE. Das heißt, wenn ihr davor auf einen PvP-Server wart, könnt ihr nur auf Living Flame wechseln, wenn ihr davor auf einen PvE-Server wart, dürft ihr nur auf diesen Server hier wechseln, Wild Grove und ihr könnt jetzt nicht von einem PvE-Server auf einen PvP-Server wechseln, andersrum geht das auch nicht. Also nur PvP zu PvP und PvE zu PvE, das kurz nur zur Info. Jetzt kommen wir aber zu dem größten Problem eigentlich, weil wir haben jetzt hier zwei, also die zwei hier, zwei Mega-Server sozusagen, was ja an sich nicht schlecht ist, aber was passiert mit den alten Servern? Die sterben natürlich aus hier, das heißt, die Leute wechseln, es wird weniger Leute auf den Server zum Spielen geben und Gruppenfindung und sowas wird schwieriger werden. Und vor allem, man kann sich hier keine neuen Charaktere mehr erstellen, ja, das heißt, er ist geschlossen, also die sind verschlossen sozusagen und sterben halt mit der Zeit langsam aus. Das könnte ein Problem werden, aber was ich jetzt noch viel schlimmer finde, ist für die Leute zum Beispiel, die zwei Fraktionen spielen, aber zum Beispiel jetzt hier Living Flame, da habe ich jetzt vier Alis drauf auf Living Flame und auf Lone Wolf habe ich jetzt einen Ordi. Ist jetzt bei mir nicht so schlimm, ja, also ich habe jetzt nur einen Schamanen, der ist Level 33, wenn ich jetzt den auf Living, also ich kann den nur auf Living Flame transen, ja, anders geht's nicht. Und wenn ich jetzt sage, gut, wir transen den, machen kostenlosen Charaktertransfer, Lone Wolf, Timblade, Dreamtransfer, wenn wir jetzt auf Living Flame gehen, dann ist das nicht möglich, also das geht nicht, ja, weil wir können nicht zu Living Flame wechseln, weil ich da vier Allianz-Spieler schon habe, also vier Allianz-Charaktere schon habe. Man darf nicht beide Fraktionen auf einem Server haben, das geht nach wie vor nicht. Einige Spieler oder einige YouTuber haben gemeint, ja, das wird sich ändern, dass Blizzard es bringt, dass man beide Fraktionen auf dem Server haben kann. Und das geht de facto aktuell nicht. In Classic gab es das auch noch nie, dass man beide Fraktionen auf einem Server haben konnte. Und für mich ist das auch ganz weit entfernt, dass sie das wirklich auch machen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und da kommen wir auch schon zum Problem, welches dann auftritt, und zwar für Spieler, die zum Beispiel, ja, beide Fraktionen spielen. Ich kenne jemanden, der hat auf Living Flame, also da wo ich spiele, auch einen Alli auf Level 60, sich jetzt hochgezogen. Und auf Lone Wolf, glaube ich, hat er drei Hordis, also drei Horde-Charaktere. Und mit denen kann er jetzt natürlich nicht wechseln. Er kann nur auf Living Flame wechseln, ja, weil es ein PvP-Server ist. Wird aber nicht gehen, da er da einen Allianz-Spieler hat. Das heißt, er müsste den Allianz-Char löschen und dann könnte er es machen. So, die Frage ist jetzt natürlich, was macht Blizzard? Blizzard hat sich ja noch gar nicht dazu geäußert. Sie könnten einen kostenlosen Fraktionswechsel anbieten. Das heißt, dass der hier zum Beispiel nur auf Living Flame spielen will, dass er bei seinen Hordis-Spielern einfach den Fraktionswechsel macht, dass sie dann Allis werden und dass er dann auf Living Flame wechseln kann. Das wäre eine Möglichkeit, weil man weiß halt nicht, was mit den anderen Servernen passiert. Sterben die aus? Sind die dann noch spielbar oder nicht? Und für die Leute, wie gesagt, die zwei Fraktionen haben, ist diese Tatsache natürlich blöd. So ist Stand der Dinge. Blizzard hat sich, wie gesagt, dazu noch nicht geäußert. Ich würde dennoch eure Meinung dazu hören. Wie seht ihr das? Seht ihr das nicht so wild? Die meisten wahrscheinlich spielen nicht nur eine Fraktion, aber trotzdem, es gibt einige auch, die zwei Fraktionen spielen und die haben alles Problem aktuell. Also ich könnte jetzt mit meinem Charme ja auch nicht wechseln. Schreibt es dann bitte in die Kommentare, wie ihr das findet. Vielleicht habt ihr auch Verbesserungsvorschläge, wie Blizzard das klären könnte, lösen könnte. Würde mich sehr freuen auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.